hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom teamprojekt zusammen mit chris mit matthias und ls-profi und natürlich mit dem guni der aufgewacht ist ja matthias wolltest du losfahren oder wolltest du auf den weihnachtsmann warten? der wartet auf nikolaus weihnachtsmann und chris da war dann auch auf chris sein paket hehehe nur noch die strafe die jetzt eigentlich bei online kommt sollte in 5 minuten? vor einer minuten vor einer minuten eigentlich schon eine minuten verspätung schon kritisch chris gaming was würden wir als strafe machen dass wir alle ein paar noch ein größeres paket bekommen ja jetzt schaffst du krieg zwei laut hehehe echt witzig und ein spargelflackchen ein spargelflackchen wow was kriegt denn nico? hehehe ok das kann ja kritisch werden ein zündholz hehehe dann rufen wir ein zündholz und felix kriegt einen schrank hehehe 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 vergiss ich den spargel, den lauren, zündholz und nen Schrank, Digga hehehe also Schrank ist also ein Schrank wo man Kleidung reinmachen kann also wenn ich weiß was ein Schrank ist, Junge wo tust du deine Kleidung rein, Alter, in den Toaster oder was? auf den Boden auf den Boden schmeißen einfach auf den Boden das ist der Schrank, ja er sitzt, er sitzt, Alter er sitzt auf dem Stuhl und da sind die ganzen Klamotten noch drin momentan nicht, Alter ich konnte heute im Sportunterricht, wo ich ja beim trinken war, konnte ich kaum eine Flasche halten echt? ist sie runtergefallen? ist der Arm abgefallen? oder ich hab mir wahrscheinlich den Brustkorb gepeilt ja, kritisch ja, Matthias, was machst du eigentlich? hexeln mal, du? ja, hexelst du das Gras auch noch ja, warum? ich merk's ey, was machst du, Alter? leckt's bei dir? oder was machst du, ey? hexeln immer noch ach, Alter einmal mit Profis tust du so ein echt auffahren eigentlich? ja, ich hexel auch so mit unserem 0,0 Hektar Nice ja, perfekt, Digga, Junge da kommt doch ordentlich Ertrag raus, hab ich gehört ja, ich hab schon meine Strategie meine Strategie ich will da einmal hochgucken eigentlich wo willst du hochgucken? ach, du willst Durchbruch machen, sagst du? ja, ja, ja kein Problem, Digga das machen wir professionell so ein Dings Junge, der Meister wäre fast so hoch wie der Hexler, Masha wenn das so in echt wäre, das wäre schon wild bei uns war der Zeitlecht äh, bei der Trockenzeit aktuell nicht so ja, Bruder, bei uns war das letztes Jahr so Junge, bei Nils guck ich auch der Meister locker um die 4-5 Meter der Reis, sagst du? der Reis haha bei Nils der Reis, Junge einfach 4-5 Meter hoch, Digga der war halt wirklich voll hoch, Alter aber stell mal, ist da wirklich ein Hexler nicht voll hoch, sagst du? der Reis, 4-5 Meter ja, die Gressel woher weißt du, wie Reis ausschaut, Justin? äh, den ess ich gerne ja da krieg ich ein Premium-Paket von Nils ich bin übrigens gleich voll und ein bisschen Lauch nee, Lauch muss sein dann kommt das Glück von ganz allein ich bin voll jup, rückwärts raus der Reis, dann haben wir Dreh, den Team in der Chasse dann haben wir zu Ende über der Challenge bei der Challenge bei der Finale fährt sich 4 Minuten umdrehen Tröger mich nicht so ich nigger dich doch gar nicht fiss dich, Alter das wäre nigger dwehen ja, das war klar Guni versteht gar nichts aber das versteht er natürlich ja, das versteht der versteht nur Schleiße jetzt hast du ja, weil die Scheiße weg, Alter, sei jetzt leise einmal mit Profis sagst du mir, Junge du, jetzt mal ohne dich häxeln zu holen ja, hä, hab ich doch ja, ich merk's jetzt, wir stehen da auch noch Pflanzen mitten in der Bahn ja, das ist es so gewollt ja, ich merk's mir ist es eigentlich schade das war bei mir auch so gewollt weil ich die umgefahren hab solang sie unseren Hexern schrotten ne, der ist schon kaputt der hat einen Getriebeschaden ja, du bist der Getriebeschaden ja, er ist der Schaden dein schönes Getriebeschaden, Junge er ist der Schaden ja, ist immer leise ja, merkst du ja, ne ey, der Anhänger ist jetzt auf jeden Fall voll voll oder voll? der ist voll 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 ist eine Auslegungssache ne, ich hab ja noch für mich, für mich und Matthias wär der vielleicht nicht voll oder zu voll weil es eigentlich zu voll nicht gibt ey, der ist voll kritischer ne, ne ja, es sind 210.000 Liter echt jetzt? kannst du aber gut zählen ich verkaufe mir nee, Bruder alter, kannst du die Scheiße hier eigentlich noch? ey, da hat der 7 Monate auf jeden Fall zu kämpfen ey, der Profi die 210.000 Liter obwohl hier alles eng steht wie im Affenkäfig, Junge wie ein Affenkäfig wie ein Affenkäfig wie ein Affenkäfig so wie die es oben im Osten vermutlich sahen Affen, Junge bichst im Osten die bellen doch nur im Osten die bellen doch nur im Osten die bellen doch ich stell dir vor oh scheiße weil die Flanken sind ja schlimme mit dem D mit dem D und sowas wirst du mal gucken, die Ladung ich hab dich nur eingeschlafen wo ist Herr Lord Machias? hier wo ich g'laden hab bist du schon im Häcksler? ich, ich bin ganz oben von der Map andere Seite ja so ein ja 400.000 Liter kann man hier hinkriegen vielleicht sogar eine halbe Welt stabil, Herr Kollege ich muss mal verkaufen fahren ey, es muss nichts brauchen dum 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 ey, 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 ey ey, ey, ey ey, ey, ey 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 Weitere, wir haben schon 1200, äh, 2100, ne. Was? Eier? Äpfel? Euro. Euro. Wie viel habt ihr? Nein. Das, wo ihr an uns zahlt, dann. Aha. Oha. Sitzig jetzt Paar. Ja, du bist im Hexler. Ich bin beim Hexler gleich, warte da. Ich merk's. Ich komm gleich von oben. Wann halt jetzt Paar? Nö, da jetzt. Sonst sagen wir 10.000, oder? Äh, Matthias. Jo. Du einmal auf dein intelligentes Smartphone schauen. Mobilfunkgerät. Mobiles Telefon. Der Gerät. Der Gerät. Oder Cellphone auch genannt. Dann kann ich ja hier ein bisschen. Oder Mobilfunkgerät. Nee. Doch. Das ist ein Gerät. Ja, genau. So, schaust denn, alles gut. Ich komm von oben. Nee, wenn dann von unten. Ach, Alter. Ach, Alter. Alles Schnauze, Junge. Immer die zum Perversen. Und ich hab das durchgefreundet. Ja, das ist auch. Ja. Ex-Freundin, ja. Ja. Nee. Ja, zwei Ex-Freundinnen. Die Ex-Freundin von der Ex-Freundin von der Ex-Freundin. Naja. Richtig. Stimm. Demnächst geht so mal, demnächst geht so Günni durch Innenstadt auf einmal. Ja, das waren meine Freundinnen, das waren meine Freundinnen. Ja, das, war das nochmal. Ach, das war doch stimmt. Das war die Freunde von meiner Freundinnen von meiner Freundin. Du weißt es immer noch nicht, ja? Noch nicht. Oder ob es noch du, derjenige, der so gefühlt hat 300 Jahre kleine Freunde, dann hast du jetzt plötzlich drei Stück hoch hintereinander direkt leider in zwei Monaten. Seitdem wir im Team ist, nur noch neue Freundin. Einfach keine Zeit mehr. Das Team daher. Ich merke. Nur noch irgendwas anderes. Warte eine Sekunde, dein Kleiner. Warte, mein Kleiner. Ist auf 100%. Kannst du vielleicht das Schneidwecker hoch machen, oder geht das so nach unten? Nichts zu machen, Guni. Was machst du denn? Häcksel immer noch. Du häckst jetzt einen Scheiß zusammen, als wenn ich mit Nils häcksel, Junge. Okay, das ist eine Beleidigung. Sorry, aber Alter, Junge, du fährst irgendwo groß zu quer. Ey, tatsächlich mit Nils häcksel geht tatsächlich. Glaub ich nicht. Ja, schau. Ja, schau, also. Häcksel kann er denn hier jetzt. Er kann zwar nicht viel, aber Häcksel kann er. Ja, schau, also. Als Mautschusten. Die Fresse, guck dich mal an, Junge. Wow. Nicht so welche Ausdrücke hier. Entschuldige. Ja, finde ich, wäre auch noch gleiche Meinung. Ja, sagst du. Ja. Ich bin echt komponiert zusammen beim neuen Projekt danach. Ey, der wird sich gemobbt. Matthias will ihn mobben, hat er gesagt. Ich bin immer noch nicht dabei, aber... Warum nicht, Alter? Ja, wegen der Zeit. Weil da wieder Gülle bollern da ist. Stimmt, weil wir einmal in der Woche aufnehmen, vergessen. Jo. Ja, vergessen. Einmal in der Woche sind wir jetzt hier. Das ist schon mal praktisch, kann ich aber nichts machen. Aber dann, glaube ich. Ich nehme auch einmal in der Woche Zeit für die Aufnahme. Und hierfür. Wollen wir eigentlich schon ein bisschen was teasern oder noch nicht? Was? Ja, jetzt in meinem Projekt. Ah. Oh, da habe ich mich kurz davor festgelassen. Also ich mache Multitasking. Ich mache was am Handy und mache nebenbei. Dann fahre ich noch ab. Kein Sturm, Junge. Erstmal Besichtigung machen, sagst du? Wie die Profis jetzt machen oder was? Mal eine Frage, wer hat eigentlich gehäckselt? Bei euch. Ja, kann ich. Achso, weil der Hexler stinkt ein bisschen. Ja, da habt ihr reingeschossen, weißt du. Hahahaha. Unten im Eimer da, der da ohne stand. Ich wusste schon eh mal, du hast da reingeschossen. Oh ne, das ist Justin, das riecht drüber. Ich kann fies sein, aber mache ich jetzt nicht. Es ist irgendwie was klar, dass jetzt sowas kommt. Nein, natürlich war es nicht Justin. Justin ist nämlich ein frischer Lauch. Und kein geschimmelter. Fängt aber drauf zu. Nicht so wie viele gerade lachen, oder? Ich bin übrigens voll. Ja, dann hub halt oder mach. Zeig Reaktionen. Ja, mach halt. Das wünsch ich mir bei dir auch irgendwie. Dass du mal zeigst, wohin du machst. Ich mache ins Klo, aber. Echt denn? Ja. Mach Klos, Abi. Ins Klo. Übrigens, Chrissy Gaming. Ich bin nicht so der Schokotyp. Ich bin eher für was anderes zuständig. Loll. Kai Sturm. Boah. Jetzt mal allgemeine Frage an alle. Seid ihr so richtig schokohaftiger mäßiger Typ, der alles aus Schoko isst? Oder eher auch mal für was anderes? Ich bin jetzt nicht abgeneigt von Schokolade essen. Nein, ich ja auch nicht. Aber ich kann keine Schokolade in Übermaßen essen. Eine Tafel Schokolade mal in der Woche oder so. Ich dachte gerade, du sagst es am Tag. Aber ich bin nicht am Tag. Nein, nicht am Tag, Junge, ey. Boah, nee. So viel Schokolade kriege ich. Eine Tafel in einer Stunde, weißt du? Ja, jetzt schon. Und nach einer Tafel Schokolade, Junge, muss ich da wieder 5 Liter Wasser trinken, ey. Ich weiß nicht, wieso. Ja, weil du Wasser zum Klo hockst. Ich hatte so einen Unterricht. Äh, Lehrerin, ich muss eine Schokoladenpause machen. Jede Stunde. Ja, danke für die Info, Justin. Ein Problem, Diggi. Damit ich weiß, was ich so zum Basteln kann. Ja, Basteln irgendeine Scheiße, aber... Na gut, doch, ein bisschen scharf kannst du schon machen, wenn du was scharfes machen willst. Jetzt musst du dich selber reintun, oh. Hohohoho. Na, scharf, weiß, weiß nicht, ob ich da wo es hinfällt. Mach ne Mischmaschbox, dann kann ich, äh, Pack Opening machen. Oh, da kommt, äh, das ist ja der erste Vlog, alter. Nee, Pack Opening wollte ich ja nicht im Livestream machen. Nee, du machst einen Vlog, Junge. Vlogger? Ja, Junge. Dann sag mir mal eine Empfehlung aus für eine GoPro, weil ich habe keinen Bock mehr mit dem Handy. GoPro Hero 8. Wie teuer ist die? 800 Euro oder so. Ja, billiger, Junge. Ich wollte schon sagen, was für 800 Euro, Junge. Das Geld wächst nicht vom Bäumen. Echt? Nee, und das ist schwer vorne, ne? Ah ja, ist gut. Hast du auch noch irgendein Gimbal dazu? Wenn ich fragen darf. Oder irgendeine Befestigung? Mach hier. Ich hab das ganze Set. Kann man das dazu bestellen, ja? Ja. So, meine Liebenfreunde. Einer wird mit dem Scheiß. Ja, red ruhig oder? Alles gut. Wir sind aber auch schon wieder beim Ende dieser Folge angelangt. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut's beim Herrn Kollegen vorbei. Und ja, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.